J wie Junge. Die Jungen, bei denen kommt das Pipi mehr so weiter vorne raus als bei Mädchen. Die pieseln ja doch mehr in der Mitte. Das bedeutet aber auch, dass wenn du eine Windel jetzt noch mit zusätzlichen Saugeinlagen halt versehen möchtest, dass du bei dem Jungen darauf achtest, dass du die weitere Saugeinlage nach vorne legst, damit hier eben mehr Pipi aufgesaugt werden kann. So wäre das bei einem Jungen und bei einem Mädchen nimmst du die Saugeinlage und legst sie in den hinteren Bereich hinein. So wäre das bei einem Jungen und bei einem Jungen und bei einem Jungen und bei einem